Hast du gerade vor meinen Augen erschossen? Da sind wir noch schneller Jetzt nehmt euch den Gamehaus gelaufen. 5, 4, 3, 2... Locked and Loaded, herzlich willkommen bei der neuen Runde Trouble in Terrorist Town oder auch TTT oder der Garry's Mod, Mörder Modus, wie auch immer ihr wollt. Wir spielen heute in Damaville. Wir, das sind Shiakuma. Hi. Atromix. Hey. Flutterfighter. Ich bin Atro... ähm... ja, ich bin ein. Kaffeeela. Hello. Für Sie. Hi. Stehkummer, brava. Alliado. Intervante Schläfe befindet sich Earthquake. Bitte bleiben Sie dran. Mein Name heißt Teddy Ghan und ich gebe diese Runde Fry. Ich hab ne Leiche gefunden. Echt? Dein Name hat nen Name? Jemand die haben? Ach, das ist ne richtige Leiche. Hä, warum, warum ich? Ja, ich bin hinter dir gewesen. Ich hab auch Schaden gekriegt. Du hast mich getroffen. Ich hab ihn aber nicht geschossen. Er läuft da physisch. Da ist Flutter, komm mal her, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Ja, ich bin gerade gekommen, weil Tara zu gerufen hat. Da haben wir geschenkt für dich. Oh, die gleichen. Ja, da hinten war doch auch noch einer. Ja, ne? Bumm, 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 bumm. Da ist jemand tut ungefallen. Und dahinter im Haus. Wer da rechts rauskommt, der ist. Was für Brauch kommt. Da, warte, da. Teddy, Teddy ist. Warum Teddy? Da wird jemand ab. Ja, ich hab Teddy getötet, weil er da ein Leichen hinterlassen hat und da als einziger hinterm Haus war. Flutter hat aber gerade auch gesagt, da wird irgendjemand ab. Ach, komm mal mit. Komm mal mit. Flutter, Flutter lag hier neben Teddy. Ich hab Teddy erlugt. Komm mal mit, Ach, ich will dir was zeigen. Nein, es sind noch zwei Traitor. Und Fizzy ist die Einzige, die Proof ist. Ich weiß, dass ich eh nur bin. Tom, komm mal mit. Du vertraust mir auch. Demnach müsst ihr beide der... Ja, ich bin mal du. Warte mal, es sind nicht zwei Traitor, es ist nur einer, ne? Ach, scheiße. Ein Traitor ist nur. Einer von euch beiden ist Traitor, nur so nebenbei. Ja, dann wird's Tom sein. An den anderen. Danke. Komm mal mit. Was gibt's hier drin? Guck mal. Eigentlich müsste die Tür da auch zugehen. Warte mal. Ja. Ohne Momento. Versteck. Lässt mich wieder raus. Jetzt bück dich mal, ich spür auf dir, damit wir uns bei dir verstecken können. Lässt mich raus. Lass mich. Hi, Atro. Hi. Hier, Gummer. Für Sie. Hm. Sonst wird geschossen? Ich nicht. Ja, ich. Hi, Bro. Gibt's lieber freiwillig zu. Hier ist ein Klassenraum, oder was? Cool. Ja, haben wir auch immer so im Klassenraum. Was machst du da? Schaukeln. Und Kreufels. Und... Mach so viel Spaß dabei. Was auch immer machen. Mal schaukeln. Du kannst kochen. Komm her in der Türche und guck dir das an. Wer schießt da? Ich nicht. Wird einer von den beiden Schiakumach sein. Schatz, liebst du noch? Ja. Dann ist ja gut. Schiakumach ist tot. Ja, dann ist Schiakumach mein Brother. Weil ich sehe, dass ich immer bin und du bist proof. Und das war... Jo. Damit ist vorbei. Das war eine scheiß Runde. Oh, ich hab ein Friendship-Beam wirklich. Du würdest mich wenigstens fertig kochen lassen können. Ja. Aber das ist mal etwas zu... Ich wusste halt, wo Schiakumach war. Deswegen will ich das nicht hingehen. Boah, hättest du nicht beim ersten Schuss schon umfallen können? Nein. Meine Frisse. Boah, ich werde von dem Beam irgendwie ständig wieder zurückgesetzt. Ja, das... Ja, ich hab's doch geschafft in dem Beam. Was macht denn eigentlich die White Bull-Dose? Wie verleid. Ja, Flutter. Ich hoffe, er hat die Erklärung verstanden. Mir egal. Muss doch. Mir egal, ich versuch's nochmal. Ja, ich bin Detektiv. Ich kann ja nichts. Ich kann ja nichts drauf. Dann haben wir jetzt drei Traitor. Dann haben wir jetzt drei Traitor. Na super. Noch eine weitere Nervensäge. Mehr. Boah. Was denn? Wow, wer werft denn eine Insel neben mir? Flutter. Flutter, was tut das? Ich schmeiße eine Insel jetzt. Weiß ich nicht wohin. Da hinten hin. Okay. Ich weiß nicht. Alter, die ging voll auf mich. Ja, Alter, die ging voll auf dich. Das ist kein Mensch. Hi Teddy. Ich bin ja auch kein Mensch. Hallo. Hi Bro. Ich bin ja auch ein Smoky werfen. Da hinten läuft Teddy. Da hinten läuft der Detektiv. Hi, ich hier. Hi, Flutter. Hi. Hallo Teddy. Oh, hallo. Oh, hallo. Oh, hallo. Oh, da läuft Earthquake. Warte mal, Flutter, was hast du da gerade geschossen, bitte? Portilgang. Der Portilgang. Die kann was? Wer ist das da? Heuch, jetzt. Da kannst du ein Portal normalisieren. Wie koppelst du Wintermannschaft so her? Was macht ihr da? Teddy, möchtest du mich etwa erschießen? Teddy, das hat das Horror. Äh, Physik, geh weg. Geh weg. Warum? Nee, du hast eine Pumpkin in der Hand. Ich will jetzt eine Smoke auf uns werfen. Genau in dem Moment. Wenn du eine Pumpkin in der Hand hast, dann endet das nicht gut für mich. Alter. Ach, sind eine Smokes, die gerade hier rumfliegen. Lol. Lol. Okay, bald. Das mit dem Portal klappt echt gut. Ich will auch ins Portal. Ich will auch mal durchs Portal. Ich will Teddy vom Dach schützen. Nee, ich bin schon vom Dach. Da ist ein Portal. Portal. Ja. Nein. Abgeschafft. Au. Au. Ich bin angeschossen. Für Sie. Ich sage. Für Sie. Für Sie ist definitiv Traitor. Die hat einen Mellon Chuck geschossen. Hilfe. Ich gehe die nicht konfirm. Ich werde dann wieder abgeschossen. Äh, das ist Atro. Wo ist die, Oli? Es muss noch hier frei rumlaufen. Ein wildes Physi. Ja, ging ein Beam auf mich. Hat aber nicht getroffen. Ich werde abgeschossen. Von Katsu. Tatsu. Ja, du warst. Tatsu. 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 Ich bin in die Portal in das Portal reingesprungen. Bin dann wieder rausgeflogen. In dem Moment hat sie in die Mana Launcher draufgehauen. Ich habe Schaden dadurch gekriegt. Bin nochmal durch und in dem Moment hat sie dann auf mich geschossen. Ja. Und danach habe ich glaube ich Teddy und erst waren das, oder? Ja. Ich bin gerade rausgeflogen. Ich bin gerade rausgeflogen und der hat sie früh gemacht. Ich bin drinnen gebackt. Und Katsu könnte nicht abschieben. Ich bin gerade rausgeflogen und der hat sie früh gemacht. Ich bin drinnen gebackt. Und Katsu könnte nicht abschieben. Das ist aber auch nicht gut für die Maus heiß. Ja. Erst ist tot. Confirm bitte. Konfirm ihn. Mach ich. Mach ich. Ich bin nur für sie. Nein. Er war immerhin. Warum? Aber es hat auch vollgebackt. Was ist der? ich habe keine silent warum hast du erst gegen gebraucht flatter ja damit damit der trader nicht weiß wo er ist das ist schon wieder am kochen irgendjemand hat auf mich geschossen hier stark davon aus dass der dies war ich bin nicht mehr auf dem dach wir brauchen ich stehe unten am haus aber gut warum kann sich katz eigentlich mal wieder aufheilen du warst doch schon voll hört wer war denn dann hört die ganze zeit ich habe eine waffe ich habe eine waffe hier guckt doch ich schieße neben dich warte mal ich habe eine ganz normale rifle wurde gerade ja den brauchen wir nicht konfirm ist aber etwas das weiß ich nicht da kommt man nicht hin ich glaube ich nur der dte drauf leute das sind gerade so viele gestorben wie und halbe milona und wie sonst wohin raus geht hab ich drück ständig aus versehen wenn ich ein menü verlassen will und warte mal du bist als letzter überlebender weil das kann doch nicht wahr sein mensch die runde schießt auf kato sie schießt auf mich drei alle traiter stehen drum warum schießt ihr nicht auf katsu was soll denn der scheiß hat auch auf katsu geschossen die runde war noch gar nicht vorbei ich habe aber auch mit auf das krieg geschossen das gute mal attro tschuldigung hat gesagt das krieg schießt auf mich und ich habe dich als 1 ist ein schießen sehen und da wollte ich öfter wieder ja da kam ich dann rein ja ich dich über den haufen geschossen ja bitte was detective ich habe gesagt ich habe gesagt okay wer auch immer ich ist es prüfen inno atro ist progen inno merkt ihr euch das klar ich bin prüfen inno ihr schießt ihn auf keinen fall dämlich aber nicht prüfen inno teddy teddy wo ist denn jetzt oder was ja ich war bei gar keinem warum verfolgst du mich so dann aber du auf mich fiel guck dich nur an weil ich wissen will wo du lang weil du mich schießt geh weg da ist teddy aber ich würde sagen es war mal ich weiß alter leute schießt doch nicht immer so ich bin an ist teddy ich will ja was nicht fast getroffen ja ich habe das fenster kaputt geschlagen das geht ja mit dem lightsaber bei mir sind hier immer so ein euro ich will mich schlagen die flasche ich schließt die flasche die flasche ich habe ich das gemacht dass ich der mutter schlossen karte samt den punkt um also teddy und für sie waren es beide nicht das kann ich schon mal bestätigen und umgekehrt auch nicht also atron wenn teddy als profil sie kann es ja ich nur karte zu einfach gleich hier kumas oder du flatter aber ich weiß es nicht nicht gesehen ja warum verfügst du mich so zähl die also der ist direkt neben mir gestanden ich habe gerade die flasche von ihm abgeschossen ich gerade sicher bei dir ich weiß auch nicht warum kommen ich bin morgen bei dir das ist das da oben ist das da ich komme hoch auf dem funktur von auf dem turm erschossen und dann ist er umgefallen also entweder hat sie eiskalt um sie war inno also auch immer die flattern mega verdächtigt er hat mich jetzt schon zwei leute beobachtet wie sie gestorben sind ja jetzt und ich habe mir gedacht dass es da oben sind sie sich das nächste ziel wird aber ich bin nicht erschossen war richtig für mich also entweder flatter die schiakumas und auf jeden fall aber schiakuma ist ja schon tot schiakuma ist nur sein ach so der ist auch schon tot der ist ja der ist ja stimmt also sprich also flatter ist definitiv ja wer schmeißen hier bitte da ist traitor er hat nämlich vor meinen augen auf kräg erschossen und somit seid ihr drei nein warum wir drei warte mal einer zwei von euch bin es auf jeden fall nicht ich will sich ja mal brava warum soll mir sein weil ich weiß dass ich illo bin und er hat gerade prüfen einen später umgebracht ich habe mich aber weiß nur was haben wir gemacht natürlich habe ich jungen war der auf mich geschossen und war dann vor meinen augen jemand getötet und er hatte die cloud scheiße ich habe sie nicht getroffen ja für sie ist der einzige tritter der noch da ist ich weiß dass ich illo bin ich sehe es ja und dass du es bist hast mir jetzt zweimal bewiesen und irgendwelche das gefühl dass teddy tot ist weil er redet nicht mehr mit mir das gefühl dass die kameras wo bist du Das kann doch nicht sein, Mann. Ich hab dich gerade schon einmal angeschossen. Hast du dich etwa hochgeholt? Ich hab auch zigmal aufs PD geschossen. Ich hab mir ein Red Kit geholt. Ey, Mann, wie viele Credits hat die bitte? Die kann sich Mad Kit, Melon-Launcher und Asimov kaufen. Kannst du auf dem Discord und Server kommen? Hey, ich hab mir nur einen Melon-Launcher geholt und das Mad Kit. Na, hat die mir nicht geholt. Ne, Radar. Oh ja, und Radar. Alter, ey. Ich hätte den Friendship Beam auf Tandy setzen müssen. Ich hab sie jedes Mal getroffen. Vor allem, ich hab sie dreimal getroffen mit der Sniper und sie stirbt nicht. Das kann echt nicht wahr sein, ne? Kann's auch nicht. Mal. Hi, Katze. Darf ich da bitte durch, Katze? Danke, Katze. Ich mag das Tio zu mir nicht. Ich bin Dete, yay. Yay, der erste Proven. Okay, Flasser ist ein safe Traitor. Ich bin Inno. Ich bin safe. Inno. Ich hab ne Waffe. Dann ist das eindeutig ein Traitor. Du bist Proved Traitor. Definitiv. Hey, Shia. Ja, stimmt. Hi. Oh. Shia, guck mal, komm auf mich zu. Nein, nein, sorry. Alter. Sorry. Warte, warte, warte. Warte. Ich hab mein Touchpad nicht ausgestellt. Das ist so geil mit diesen... ...Portel-Dingern, ey. Immer ist dieses Touchpad schuld bei dir. Ehrlich, immer ist das Touchpad schuld. Das war's aber. Hui. Das ist so geil. Ich feier die Portel-Dingern. Ja. Warte. Jetzt hab ich's ausgestellt. Nein, nein. Warum verfolgt ihr mich hier? Nein. Warum verfolgt ihr mich? Oh, ja. Ich hab das Gefühl. Mach das auch mal bitte. Ich will das sehen. Das Shia Kuma. Oh, Mann. Nein. Ich weiß ja gar nicht, wo die alle sind. Ich auch nicht. Der Einzige, die ich jetzt gesehen habe, war Fizzy, Shia Kuma und Shia Kuma Brother. Nein. Hey, Chef. Du bist der Einzige, den ich gesehen habe. Wo sind die anderen denn? Hier im Haus. Ja, gut. Das sind viele heute. Gäste. Das ist Fizzy. Mach das auch mal bitte. Ich will das mal sehen. Oh, da sind alle. Ja, wenn du ja das daneben hast. Nee. Warte mal, wo steht. Da oben. Läuft. Ah, Mann. Nein. Ach, Bro. Schieß unter mir. Ich komme nicht weg. Oh. Ja. Fizzy ist roundet. Warum? Weil mich Fizzy Kuma auch schon geschossen hat. Welcher? Fizzy Kuma. Der andere ist Bro. Ja, ich habe ein Problem. Ich komme nicht weg. Ich bin schon wieder im Hausdach festgepackt. Weil der Krieb genau unter mir weggemacht hat. Loll. Ich komme zu dir hoch. Warum ist das so buggy? Loll. Hi, Chef. Okay, mein Bruder wurde gerade vor meinen Augen erschossen. Also. Du warst du bei mir. Das macht besser. Ich will auch nochmal. Yay. Das ist so dämlich. Das ist so gut. Chia Kuma. Fizzy. Kann ich noch durchschießen? Ja, kannst du. Endlich. Ja. Oha, das ist mies. Ich hoffe nicht, dass ich ihn jetzt getötet habe. Dadurch. Weil er ist tot. Oh, auf mich wird geschossen. Ich weiß noch nicht von wo. Von da oben, vom Turm. Katsu. Fizzy. Fack. Wie gut gerettet, ey. Ich schätze, er ist tot. Ich habe langsam das Gefühl, ich bin alleine auf der Welt. Nö, ich lebe auch noch und wandte hier rum. Chia. Fizzy. Oh, jetzt sperrt sie mich aus. Das finde ich ja jetzt doof. Wer lebt denn eigentlich noch alles? Das heißt, ihr beide müsst sein. Ja. Übrigens, das war wirklich aus Versehen, dass ich die... Nö, ich schnei, wenn man mich abschießt, will ich mich gleich zurück. Das ist mir so geil. Dass ich mich noch gerettet habe, ey. Das war da wirklich aus Versehen. Ich gehe da, laufe gerade und war auf meinem Touchpad und dachte mir, scheiße, zum Glück bin ich fertig. Ich war natürlich ein leichtes Ziel, ja. Wie hast du mich gesehen? Also, ich habe Flatter beim Rumalber mit Teddy erschossen. Earthquake ist da hingelaufen, den habe ich auch erschossen. Und Fizzy habe ich auch nochmal angeschossen, aber irgendwie habe ich sie nicht getroffen. Mich hat Katsu kaputt gemacht. Warum backst du dich? Ich weiß zwar nicht, wie sie mich gesehen hat, aber gut. War back ich denn immer fest? Und es ist irgendwie voll komisch auf der Map, weil wenn du als Traitor, beziehungsweise hatte ich das gerade, ich bin in die Häuser reingegangen und plötzlich sind die ganzen Möbel weggebackt. Also, ich habe sie manchmal nicht gesehen. Das habe ich auch schon gehabt. Das passiert mir auch öfters. Das ist voll komisch. Geht jemand tot? Ach nee, doch nicht. Aber diese Portalgun, ne? Wer straight, äh, achso, Fizzy ist Detail. Diese Portalgun ist der Obershit, ey. Aua! Aber das ist gemeint, dass genau in dem Alter, wenn einer rein springen will, muss er eine Wand anbringen. Ganz da oben. Ja, guck mal, die ganzen Möbel, äh, die ganzen... Aua! ...eine Wand anbringen und dann fällt er runter. Ja, das Problem ist, wenn der Detail dann sagt, ich habe keine schon Dings gekauft und weiß jeder, wer das gemacht hat. Nur, wenn der Detail schon tot ist, dann geht das ja. Kann man sich als Detail zahnen. Der Detail hat ja jetzt ein Outfit, ein spezielles. Dann kann man die... Hm, äh, kann man sich die aber vom Detail auch klauen, wenn man die Detail umgebracht hat. Und der sich die gekauft hat und der Detail flacher heißt. Und dann weiß man nämlich zu 100 Prozent, dass er sich die erholt. Ich werde mit ihr auch holen, ey. Der Detail. Also, ganz ehrlich, Detail zu spielen ist eh langweilig. Und dann hat man da wenigstens noch ein bisschen Spaß mit, mit der Waffe. Der Detail? Ich möchte den, die Portal Gun. Ich habe sie nicht gekauft. War ja klar. Die einzige, die keinen Spaß versteht, weißt du? Das hat nichts mit Spaß. Ich habe sie mich vorhin auch nicht gekauft. Du wusstest ja nicht, oder? Wofür etwas kaufen, was mir keinen Nutzen gerade bringt? Der Detail bringt allgemein keinen Nutzen. Detail ist langweilig. Das ist ein theoretisches Detail. Das ist ein theoretisches Detail, das ist ein theoretisches Detail. Oh, was hast du da gewusst? Und der grappling hook funktioniert für den Detail irgendwie nicht, ne? Er hat da gerade geschossen. Ich habe geschossen. Teddy ist tot, weil er antwortet mir nicht. Hä, ich antworte doch. Warum antwortest du mir dann nicht? Ich habe doch geantwortet, Mann. Was hast du denn gesagt? Das habe ich nicht gehört. Dann muss ich mal nachgucken, was da... Wie ist... Na, ja. Aber eigentlich... Die Golden Deal kann es sein, das ist ein anderes Modell. Aber der grappling hook wird... wird mir halt auch immer jedes Mal, wenn ich server joinen, oben links angezeigt. Aber der... Ja, das ist der neue jetzt wahrscheinlich. Mal, bei, mal, mal. Ich habe das Quake Seals auf mich. Hey, das gibt nur noch M16 oder was? Er treuert mich an zu... Ich habe dir keinen Schaden zugefügt. Was sollst du das Fenster schalten? Ja, durch die Fensterschreiben kannst du nicht schießen. Kommt auf der anderen Seite nicht an. Ach so. Kommt aber auf der anderen Seite nicht an. Nein, da ist eine Leiche, da ist eine Leiche, da ist eine Leiche. Wo? Draußen. An einem gelben Haus. Ich laufe Teddy so. Mit dem hat er fallen, da hat er flatt das Tod. Ich hole mir seine Reife. Shia Kuma, wo bringst du die Leiche hin? Lass die Leichen. Der schießt da. Teddy, Teddy. Shia Kuma, brother. Nein, Teddy hat sich schossen. Ich schieße ihn ab. War ey, er hat er schießt. Sie kommt fern. Warte, die muss Shia Kuma hin. Shia Kuma schießen. Shia Kuma schießen. Ich schießt auf die Karte zu schießen. Warte mal. Hm. Warte mal, Shia Kuma wurde auch ausgerufen, oder? Na, ja, aber dann hat er gesagt, nee, Katsu. Oh, erst hat er eine Dschihad. Warte mal, wenn es Tom nicht ist und ich nicht bin. Katsu wurde noch ausgerufen. Ich würde mal sagen, Katsu ist es auch. Aber auf mich wird gesnipet. Auf mich wird gesnipet. Oh, erst mal. Vielen Dank. Oh, schade. Ich wusste, dass das Teddy ist. Ja, mein Gott, was sollte ich machen? Diese schlechte Reifel hat einfach keine Dings... Die Reifel schafft nichts mehr. Nee, ich habe am Anfang gesehen, wie du geshoppt hast. Hab dich aber wenig geschossen. Was heißt, geshoppt? Ich verstand auf dem Dach? Ja, und auf dem Zwischendach hast du kurz Pause gemacht. Wie wär's mit einer Up-Modi? Das ist dann übrigens diese schöne Map, die ihr alle so mögt. Bis zum nächsten Mal. Eine neue Folge des E-Badels. Ciao. 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 Ciao.